evangelium sie folgten jesus und sahen wo er wohnte und blieben bei ihm aus dem heiligen evangelium nach johannes in jener zeit stand johannes am jordan wo er taufte und zwei seiner jungen standen bei ihm als jesus vorüberging richtete johannes seinen blick auf ihn und sagte seht das lamm gottes die beiden jünger hörten was er sagte und folgten jesus jesus aber wandte sich um und als er sah dass sie ihm folgten sagte er zu ihnen was sucht ihr sie sagten zu ihm rabbi das heißt übersetzt meister wo wohnst du er sagte zu ihnen kommt und seht da kamen sie mit und sahen wo er wohnte und blieben jeden tag bei ihm es war um die zehnte stunde andreas der bruder der simon petrus war einer der beiden die das wort des johannes gehört hatten und waren jesus gefolgt dieser traf zuerst seinen bruder simon und sagte zu ihm wir haben den messias gefunden das heißt übersetzt christus der gesalbte er führte ihn zu jesus jesus blickte ihn an und sagte du bist simon der sohn des johannes du sollst kifas heißen das bedeutet petrus fels er gesalbte ihn zu genutnten seht ihr sie hörte ihn zu schütten sie auch ihr könnt es wieder